Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, was werden die Zeitungen deutschlandweit am 14.09. abends vermelden? Rico, einige Headlines fallen mir da schon ein nach Sachsen. Linke Mehrheiten jetzt auch in Thüringen und Brandenburg möglich. Rot-Rot in Brandenburg kann fortgesetzt werden. Und Thüringen, die Möglichkeit, dass Bodo Ramlow erster Ministerpräsident wird, sind groß. Und das klingt nicht nur gut, liebe Genossinnen und Genossen, das kann passieren und das ist auch realistisch. Denn wir haben es in diesen drei Landesverbänden vermocht, mit wirklich keiner Arbeit in den letzten Jahren und nicht nur durch Umfragen bestätigt, diese Ziele zu erreichen. Und obwohl bei uns natürlich wir auf eine professionell aufgestellte Opposition stoßen, die auch medial nach wie vor Rückenwind hat, sind wir in der Lage, unsere Prognosen, die man uns momentan zuschiebt, zu bestätigen. Die 25 plus X, die wir als Ziel haben, die sind möglich. Und in den nächsten 125 Tagen wollen wir alles dafür versuchen, dieses Ziel auch zu erreichen. Und vor allen Dingen dazu brauchen wir auch die Unterstützung der gesamten Partei und nicht nur in Ostdeutschland, sondern in der gesamten Bundesrepublik. Und da bin ich dann auch schon bei uns. Was haben wir denn richtig gemacht? Oder besser gesagt, warum ist es der Linken gelungen, in Regierungsverantwortung möglicherweise nicht zu verlieren? Und da gibt es drei Punkte, die wichtig waren. A. Wir haben versucht, nicht nur die Partei in Brandenburg mitzunehmen, zu informieren mit Regionalkonferenzen, Informations- und Diskussionsforen, sondern wir haben auch, und das war nicht ohne den ständigen Austausch mit dem Parteivorstand, mit der Bundestagsfraktion, mit den Berliner Genossinnen und Genossen, mit denen in Mecklenburg-Vorpommern, die auch in Regierungsverantwortung waren, gesucht und über alles gesprochen. Und wir haben vor allen Dingen, und das sage ich auch ganz deutlich zu denen, die heute auch demonstriert haben, da draußen, und wir werden uns danach, und Ralf ist da, ich werde nachher auch mit den Protestierenden draußen das Gespräch weiter fortsetzen. Wir haben vor allen Dingen auch den Dialog bei allen widersprüchlichen Entwicklungen gesucht, auch in Brandenburg. Und das sind Punkte, die wichtig sind. So haben wir einiges vorzuweisen, dass wir nicht alles durchgesetzt haben, ist auch keine Sache, die man sagen muss. Aber bei uns steht, als erstes in der Regierungsverhandlung haben wir unsere Polizisten aus Brandenburg, aus Afghanistan zurückgehört. Wir haben die Residenzpflicht in Brandenburg aufgehoben. Und Udo, danke nochmal, als ihr regiert habt, konnten wir sie auch auf Berlin ausweiten. Wir haben auf der Haben-Seite keine öffentlichen Aufträge mehr, bei Stundenlöhnen unter 8,50. Wir haben eine Landesförderung für Unternehmen, die danach ausgerichtet ist, nach der Ausbildungsquote, nach der Frage der Mitbestimmung und nach der Leiharbeitsquote, und zwar nach unten. Wir haben den Kita-Betreuungsschlüssel verbessert, haben 2.400 Leute Lehrinnen und Lehrer eingestellt, haben alle Krankenhäuser und Krankenhausstandorte erhalten und haben eine Rassismusklausel in der Verfassung des Landes Brandenburg verankert. Und wir haben das Wahlrecht auf 16 für Landtags-, Kommunal- und für Volksabstimmungen eingeführt. Und wir haben das alles finanziert. Und deshalb bin ich auch Helmut Markhoff dankbar, der jetzt für uns Wahlkampf macht, in Oderspree und nachher zu uns kommt. Er hat es mit uns geschafft, dass wir seit 2011 keine Schuld mehr aufnehmen und es jetzt geschafft haben, auch vor dem Hintergrund der Enkelgerechtigkeit, sogar diese von uns nicht zu verantwortenden Schulden mit abzutragen. Und doch, liebe Genossinnen und Genossen, werden wir nicht für das gewählt, was jetzt Vergangenheit ist. Das sind die Erfolge von gestern. Wir werden gewählt für das, was wir vorhaben. Und dazu bekennen wir uns. Wir wollen nochmal nachlegen bei der Einstellung von Lehrerinnen und Lehrer. 4.300 neue Lehrerinnen und Lehrer sollen bis 2019 in Brandenburg Einzug halten. Und wir wollen endlich den Einstieg in die Gemeinschaftsschule, in die Schule für alle, die nicht nur demokratisch, die auch inklusiv ist. Und wir wollen nach der Blutgrätsche des Bundes einen Neuanlauf zum ÖBS. Und jetzt, liebe Genossinnen und Genossen, wir können es schaffen, wir. Und dann, wenn die Bild-Zeitung am 15.09. titelt, der Osten wählt rot, dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Vielen Dank. Applaus